Einen Tag auf Rente und schon herrscht totale Anarchie. Ich würde dir gerne deine blöde Fresse polieren, weil meine Frau nicht hier im Laden wäre. Idiot, ich poliere dir die Fresse und zerreiß dir die Mütze. Idiot. Du hast falsch eingekauft, keinen bei der Pensionskasse erreicht, hast die Tür nicht repariert. Mist. So geht das nicht, Serge. Arbeitskammer. Arbeitskammer. Wissen Sie noch, von welchen Betrieben die fehlen? Ja, Gott sei Dank. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. Aber das ist doch ganz einfach. Dir fehlen zehn Belege von den Jobs, von denen du mir erzählt hast. Die holst du und dann sind wir auf der sicheren Seite. Und keine Angst, ich fahre nicht zu schnell. Ja, so wie es sich für einen Rentner gehört. Naja, aber ich brauche meinen Wisch. Das sind Sie mir doch schuldig. Für die Behörden existiere ich nicht. Ich hinterlasse keine Spuren. Wer will Rentenanteile kaufen? Tja, ich sehe, dass der Name gewechselt hat, aber ich habe hier von 73 bis 75 gearbeitet. Verpiss dich. Ja, ich wollte dir nur sagen, dass alles klar ist. Ungefähr zwei von diesen Wischen habe ich schon. Sind da Gräten drin? Schon möglich. Das ist Fisch. Bleibe wie du bist. Das sind Arschlöcher. Ich schäme mich für sie. Lass dich niemals kleinkriegen. Es tut einem auch gut, nichts zu tun. Die Möglichkeit, nichts zu tun, habe ich nicht oft gehabt. Nein! Ah! L! 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 Los! Das ist Fisch. Vielen Dank.